Ne, das war die Prinz Eugen. Ja, genau. Aber mein Verwandte war auf die Prinz Eugen. Muss ich mal die Fotoalbe hochladen. Auf jeden Fall. Ja. Vielleicht für den nächsten Stream oder so. Ja. So, was machen die jetzt? Ja, die tusten rein. Fahren die rechts oder links vorbei. Was ist das hier? Oh, da ist auch noch die Siegfried, ne? Ja. Jetzt kommen wir noch mal drauf. Ich glaube, ich komme zu spät. Ich glaube, ich komme zu spät. So, jetzt geht's los. Siegfried kommt auf der anderen Seite vorbei. Ja, Benham ist raus. Die wird rausgeballert, ja. Ja. Okay, die Amagi ist perfekt jetzt. Ja, die kriegst du. Ja, die holst du raus. Oh, Timo, pass auf, da kommt die Siegfried raus. Wie schön, ne? Ja, aber ich... F.T.O. ist auf Dings. Fahr Schlangenlinien. Amagi ist raus. Siegfried, jetzt muss Support kommen auf Siegfried. Ja, 8000 auf Siegfried von mir. Sonst bin ich am Arsch. Ah ja, die Kleid, da kommt die Torps. Torps. Ah ne, das ist zu wenig. Weg ist er. Feuer Alarm. Wir gehen jetzt auf die, Vladi. Jo. Ah, ich muss jetzt für einen aufmachen. Ja, jetzt kriege ich auf den Sack. Ah, die ist... Ach so, du hast nicht mehr viel. Na ja. Hoff, Support... Ah, die Siegfried kann keiner, ne? Ne, jetzt gerade nicht, aber... Ne, die ist versteckt. Zwei Torptropper, Vladi. Drei. Ja, komm schon, jetzt noch die Siegfried. Achtung, da kommt ein Torps. Na ja, vier Sekunden, kommt er nach. Und? 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 Prinz, äh, Hipper. Ja, zieht da Boom raus. Alle drei, Alter. Alle drei. Und überlebt, und überlebt. Ich liebe dich, Hipper. Nein, der tut mich noch. Nein, nein, leck mich. Ja, ha ha ha. Ist das denn die Möglichkeit? Alter, ist das denn die Möglichkeit? Es ist unglaublich. Das war der Plan von Anfang an. Alter. Ich dachte, das wäre ein DD da, aber gut. Ist das zu fassen. Und die Hipper lebt noch. Alter. 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 Ingo der Fall BARB. Oh, dass. Alter. 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 SON.